Willkommen bei Projekt 365, heute ist mein Tag 353, ich bin hier und wir sind hier auf dem Bodensee, wir hatten auch gerade eine Show. Und wir haben uns hier heute noch mit den Strichmusik Alder. Der Strichmusik Alder war exzellent. Euch hat es auch Spass gemacht? Sehr gute Chance. Und ich würde euch gerne noch etwas zeigen mit den Spinnenkarten. Und du bist der? Hans Ueli. Könntest du irgendeine Karte wählen? Ja. Und ich möchte, dass du sie anklickst und sie unterschreiben. Auf der Vorderseite. Und ich darf es so gar nicht sehen. Das ist gut. Wir zeigen uns noch die Kamera. Ja, dann kannst du es gleich offen machen. Wir machen noch etwas anderes auf Schufle 9. Wir machen hier noch so einen Punkt drauf. Jetzt nehmen wir das. Ja. 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 Also deine Schufle 10 mit deiner Unterschrift mit einem Punkt hier hinten drauf. Ja. Das ist gut. Ja. Dann machen wir es so. Siehst du den Punkt? Dann ist ein bisschen näher. Bereit. Und wenn ich es so mache, dann bewegt sich der Punkt. Der Punkt hat sich verweckt. Sehen wir das? Ja. Und das ist hoffentlich deine Unterschrift da. Ja. Und der Punkt. Ja. Genau. Du darfst die Paltors andenken. Ja. Zeig dir mal den Punkt. Ich habe den Punkt jetzt recht, ich nehme meine Frage. Krrrk! Naja alguna negra! Das ist's! Faszinierend ist's! Faszinierend! Nein, nein! Das ist normal! Interessant ist nett, interessant! Das ist nicht normal! Jetzt sehen wir noch die schönen Ski-Firmen. Ja, die musst du anschauen, schöne Schülle. Können wir alle zusammen jogeln? Ja, ja. Ja, Arbeit! Ja, Arbeit! Danke! Danke schön! Du musst mir einfach in so eine Geldtasche besorgen, die er bringt. Das ist halt immer viel zu hören. Nein, ich lasse es an keine Lasten, ich muss sie haben.